ARD Text im Auftrag von Funk Hey, da rennt wer Da rennt einer mit Angst Wo? Da, am Erfield Hey, Mann Warte mal, warte mal, warte mal Hey, Mann Nicht lassen einstecken, nicht lassen einstecken Scheiße, jetzt sitzt er neben mir Hey, Mann Aber ich bin am Steuer Okay Das Beste ist, wenn's man rausschießt Hey, can you talk? Hast du hier keine Waffen drinnen? Oh ja, na, Waffen Eine Lee Enfield Naja, er darf nicht, ich darf jetzt nicht mehr stehen bleiben Du musst stehen bleiben, dreh um Du musst stehen bleiben, dreh um Warte mal Ja, ich... Ja, fahr noch weiter, fahr noch weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter Wohin? Weg vor die Zombies So, ich steh mich da jetzt nachher her Also er redet nicht mit mir Warte, warte Hey Mann, um I'll give you one chance If you Leave the car now If you jump out of it I will leave you alone If not My friend will shoot you out of the car You don't have a chance You hear me? Stop, bleib stehen bleib stehen Get the fuck out Er hat die Angst, er hat die Angst Haha, er salutiert Ziell auf ihn, ziell auf ihn Lass ihn nicht aus den Augen Go away Run Soll ich mich hart spreche? Nein, nein, scheiß drauf, lass ihn Look, das ist ein Spieler, das ist ein Spieler, das ist ein Spieler Wo? Wo? Ein blauen Auto oben Oh mein Gott, renn schnell hin, renn schnell hin Der, der lootert mich Warte Ich seh kein blaues Auto Oben am Hügel Rennen Richtung mein Heli, okay Oh mein Gott, der bringt mich um Der bringt mich um Leg dich einfach am Boden, der will sicher zum Heli gehen Oh mein Gott Pass auf, ich bin gleich wieder da Dann markiere ich das Ding, okay? Pfff Auf einmal, der liegt doch da oben Auf einmal, der liegt doch da oben einfach Sehr still, sehr still Alter, meine Pumpen geht Ja, wenn er einsteigt ist er hin Außer er flankiert mich jetzt Der looted mich dort ganz gemütlich Mit was hat er geschossen? Weiß ich nicht, leider AK Was nimmt sich jetzt meine Waffen? Scheiß egal Loll Loll Ich bin in Ottmel Ich bin schon im Weg Er ist aber auf der anderen Seite vom Hügel, oder? Warte mal, ich mach dir schnell eine Markierung Wir sind da und ungefähr Warte mal, ist es die? Vor guter Kapel, genau Da ungefähr Ruhe, Ruhe Ich sehe es nicht Außer Warte mal, Mama Von dort aus, wo er war, hat er meinen Heli nicht sehen können, oder? Doch, doch, doch. Rein vom Gelände her. Der steht schon die ganze Zeit dort. Ich habe mir jetzt gesagt, ja, ich schaue gleich zum Auto, ob da Geer drin ist. Ja, war er eher oben am Hügel oder unten? Ich habe da eh eine Markierung auf der Karte gemacht. Das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Es ist nicht zum Sehen. Schau auf die Karte, äh, 137, 123, ungefähr dort oben. Alter, 127, da ist mehr. Du redest scheiße, oder? 137. 137, 100 was? 122? Alter, verkämpf dich irgendwo und warte bis ein Heli einsteckt. Ich bin recht stark in den Auto-Mail. Jetzt kommt eine Kuh daher, Alter. Manuel. Warum? Ugh! Werken? Himmel standardized. Ich habe range, ne ich hab Training, Curator Ich clause hier sicher. Werken? Schw Vine, natürlich bist du jeder gerade. Werkaka. Alter, die Kuh geht genau auf mich zu, das darf ja nicht wahr sein. Ah, jetzt habe ich ihn gesehen. Ich glaube, jetzt steigt er in Helion. Ja. Wenn jetzt er einsteigt, ist er hin. Er rennt hin und her, er schaut im Heli rein. Jetzt rennt er auf mich zu. Wenn es ihn eh ist, dann schieß einfach, Alter. Jetzt hat er aggro. Ich bin tot. Es waren zwei, es war noch einer mit Gili. Ja, jetzt ist alles weg. Warum hast du mich einfach niedergeschossen? Du Trottel, ich habe ihn eh abgeschossen. Es waren zwei. Den zweiten habe ich erst gesehen, wie er mich abgeschossen hat. Ich pack's nicht. Ich tatsache es nicht ohne Scheiß. Ja, im Heli war es drin. Ja, ja, voll. Eddy hat ihm alles gebootet. Mein Heli haben es genommen. Meiner steht noch da. Scheiße. Oder war es in dem Busch? Na, warte, ich war in dem Busch. Da, da, warte, da bin ich. Ah, ich bin geildert. Okay, schon, komm, steig ein. Die holen wir sich jetzt. Ich bin ein Auto, Alter. Ich meine, es könnte der sein. Schieß mal das Auto da unter uns nieder. Das stirbt nicht, Alter. Das kann nicht der Heli sein, Alter. Das kann nicht der Heli sein, Alter. Oh mein Gott. Ich habe seine Maske, bist du behindert. Ich blute. Wow, jetzt brennt es ab, der erst. Warte, steig nochmal kurz. Heli über uns. Scheiße. Little Bird. Achso, Little Bird kann ich eh nichts machen. Nein, der ist hinter der Heli. Okay, das ist nicht unser. Hey, da ist ein Abgesprungen. Es ist ein Abgesprungen über dem SUV. Ja, es ist. Über dem SUV? Ja, 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 ich renne gerade hin. Alter, jetzt muss ich schneller sein als der. Weil sonst bringt er mich um. Der hat sicher Waffe, echt nicht. Ja, er landet noch, er landet noch. Fuck, Alter. Fuck, Alter, das wird knapp. Das wird so knapp. LOL, LOL. Bist du tot? Das kann nicht dein Ernst sein, oder? What the fuck? Ja, so in dem Ural ist viel drin. Lord, ich hab... Jetzt hat mich einer abgeschossen. Ah, der Wichser aimt gerade rüber zu mir. Fuck. Dieses behinderte Auto-Hobarbeiter, ich hab gewusst, es... Ah. Scheißdreck, oder? Wo ist der Wichser jetzt? Hast du Waffe gefunden? Ja, im Ural, aber... Okay. Jetzt bin ich auf einmal umgefallen. Das ist so ein verpacktes Drecksspiel, wirklich. Was, bist du umgefallen? Ja, ich bin tot. Tot? Ja, ich blute aus, glaube ich. Also ich bin ohnmächtig und ja. Ja, jetzt steht er, jetzt steht auf einmal an meiner Seite, der Wichser. Ja, der hat mich flankiert. Der hat mich flankiert und ich hab ihn aber nicht gesehen. Ja, jetzt bin ich tot. Alter, ich scheiß auf das Spiel, wirklich. So ein Dreck. Ich glaube nicht, dass das von wem ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, schon. Nein, ich glaube nicht. Sonst verstehst du, wenn du ihn hinstellst, dann stehst du ihn nicht da hin, sondern irgendwo in den Wald. Oh! Hoe? Schöne, du, alter! Schöne, du alter! Schöne, du alter! Das ist ein Stänger, wie immer, doch der Scheißdorf. Schau, wie sie in der Luft schwimmen. Hey, Hacker! Hacker, du ja hervorgang im Style-Hack. Oh, jetzt geht's los. Wir schwimmen im Wasser. Warte, ich schwimme im Boden. Alter, das ist ein Ding. Wir schieben die Mälder! Los Verstöpfel! Wir schwimmen im Wasser. Wir schwimmen in die Mälder! Rund 7-2-Mälder. Wir schwimmen im Wasser. Wir schwimmen im Wasser. Wir schwimmen im Wasser. Wir schwimmen im Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020